Endlich. Danke fürs Warten und willkommen zurück nach einer langen Sommerpause. Das hier ist die sechste Folge der Staffel meines Podcasts, an deren Ende die Geschichte heute erst kommt. Es gibt ja manchmal so Phasen im Leben. Krisenzeiten wie ein Burnout oder zum Beispiel die letzten anderthalb Jahre, die wir alle erlebt haben. Je länger eine Krise anhält, je mehr die Kräfte schwinden und die Müdigkeit uns übermannt, umso tiefer fühlt sich der Fall ins Bodenlose an und umso schwieriger ist es auch, sich Optimismus oder das Vertrauen in den Lauf der Dinge oder gar dieses Lebens zu bewahren. Und auch wenn die Krise abebbt, je kräftiger du durchgeschüttelt wurdest, umso länger werden dir auch Müdigkeit, der Schreck über das, was passiert ist, der Schreck, dass der Alltag so plötzlich völlig abhanden kommen kann, dass etwas, was du dir nicht ausgesucht hast, seinen Platz einnimmt und auch die Angst davor, dass sowas wieder passieren könnte, vielleicht noch in den Knochen stecken. Das Jugendwort des Jahres 2020 hieß Lost. Seine Definition? Dass eine Person ziellos, planlos oder verloren ist. Lost wird zu jemandem gesagt, der oder die ein hoffnungsloser Fall ist. Die Person, die lost ist, ist ahnungslos, unentschlossen, hat keinen Durchblick oder stellt sich ungeschickt an. Lost zu sein kann auch ein Gefühl der Haltlosigkeit oder der Orientierungslosigkeit bedeuten. Also, ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber ich war streckenweise so richtig hart lost in dieser Zeit und ich kenne eigentlich auch niemanden, dem es nicht auch zumindest ab und zu genauso ging. Denn lost kann man vor allem in der weltweiten Krise on so many levels sein. Wenn die Corona-Krise für einen es gut war, dann um zu erleben, wie mächtig unsere Psyche ist. Denn es war für die meisten von uns vor allem sie, die geknackst hat und hier und da sogar drohte einzubrechen. Deshalb geht es in der heutigen Folge meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins um fünf Gedankenanker, die du für den Sinn deines Daseins, für die Orientierung darin und ein geborgeneres Lebensgefühl finden und mitnehmen kannst, für den Fall, dass dich ein psychischer Stresstest, der sich völlig deiner Kontrolle entzieht, mal wieder an die seelische Belastungsgrenze bringt und Fragen nach dem Wofür das eigentlich alles aufwirft. Wenn Krisen so heftig zuschlagen, wie die Corona-Krise oder ein Burnout zum Beispiel und kein Stein der Gewohnheit mehr auf dem anderen bleibt, stellt sich für uns alle früher oder später die dringende Frage, wo finde ich Halt, wenn nichts mehr geht? So ungefähr wie bei diesem Trick aus meiner wilden Jugend, wenn ich meine Grenzen etwas zu weit ausgetestet hatte und angetrunken von der Party nach Hause kam und eigentlich nichts mehr wollte, als meinen inzwischen gar nicht mehr so angenehmen Rausch auszuschlafen. Als ich mich ins Bett fallen ließ, zufrieden ausatmete und dann feststellen musste, dass sich im Liegen alles dreht, wie in einem verdammten Karussell. Der Trick war, dann einfach einen Fuß aus dem Bett auf dem Boden gleiten zu lassen und ihn dort sicher abzustellen. Und siehe da, es hat funktioniert. Die Welt drehte sich zwar nicht wirklich, aber irgendwie half dieser Fuß auf dem Boden, die nicht vorhandene Drehung zu bremsen. Was für ein Segen! Und was wäre das für ein Segen, wenn wir einfach nur den Fuß rausstellen mussten, wenn sich das Sorgenkarussell wieder mal in unserem Kopf dreht, bis uns übel wird? In herausfordernden Zeiten, wenn du dich einer An Dark Night of the Soul, wie die asiatischen Science-Fiction-Autoren es nennen, ausgeliefert siehst, die so dark ist, dass du vielleicht sogar nach dem Sinn des Lebens fragst und wie es jemals weitergehen oder wieder gut werden soll, wäre so ein Fuß auf dem Boden, der die Drehung stoppt, eigentlich ganz geil, oder? Früher hatten die Menschen die Religion. Die war für lange Zeit ganz selbstverständlich, der Fuß neben dem Bett, wenn die Achterbahn des Lebens in die tiefsten Tiefen rauschte und alles verloren und hoffnungslos schien. Die Vorstellung jedoch, dass ein alter weißer Mann mit Rauschebart uns beobachtet, belohnt oder auch echt fies und so nicht straft, wenn man seinen Vorgaben folgt oder eben nicht folgt, hat für viele ausgedient. Mit den großen Religionen ist in den letzten Jahrhunderten einiges schiefgelaufen und so empfinden viele sie heute nicht mehr als Rettung oder sicheren Hafen, sondern vielleicht eher wie überstrenge, verständnislose Eltern mit sehr, sehr seltsamen, beschränkten Vorstellungen vom Leben und wie das zu laufen hat, denen man dann vielleicht lieber gar nicht erst erzählt, dass man Scheiße gebaut hat oder irgendwas so richtig schief gegangen ist oder dass man sich ein Leben erträumt, was so ganz anders ist als das, was sie für das einzig Richtige halten. Aber die menschlichen Krisen, die gibt es auch nach all den Jahrtausenden noch. Und ich behaupte, die Suche der Hunger nach etwas, was Halt gibt, wenn wir in die tiefsten Abgründe unseres Daseins schauen müssen, sind ungestillt. Hm. Und jetzt? Es ist das, wofür ich erwachsen geworden bin? Krisen und das Gefühl, dass ich all den Geschehnissen dieser Welt ausgeliefert bin? Ich brauche in solchen Zeiten etwas, was sich mehr real anfühlt, als der grantige alte Mann mit dem Bart. Aber auch irgendwas, was dennoch glaubhaft dafür steht, dass irgendwann ein neuer Tag kommen wird, an dem mir wieder alle Chancen offen stehen. Und wer wacht über mich, wenn ich selbst zu schwach dazu bin? Wer nimmt mich auf den Arm und trägt mich heim, wenn ich zu müde bin, um selbst zu laufen? Die Angst vor dem Leben ist in Wirklichkeit die Angst vor Emotionen. Es sind nicht die Fakten oder Ereignisse, vor denen wir uns fürchten, sondern die Gefühle, die sie in uns auslösen. Dr. David Hawkins So, na dann komm mal mit. Ich will dir heute was anbieten, was seit meiner Zeit als Sterbebegleiter in meinem Herzen wohnt und was mir bisher in jeder schweren Krise ein Aushalten auch der erdrückendsten Emotionen und sogar ein Festhalten an der Hoffnung ermöglicht hat. Du erinnerst dich an die Reise, die ich in der Ankündigung zu dieser Folge erwähnt habe? Dann lehn dich mal zurück jetzt, relax und stell dir folgendes vor. Egal, was dir passiert ist, egal, was du gerade durchmachst, du bist nicht lost. Niemals. Denn das ist unmöglich. Es begab sich aber zu der Zeit, als sich das gesamte Universum in einer Blase befand, die tausendmal kleiner als ein Stecknadelkopf war. Es war heißer und dichter in diesem Stecknadelkopf, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Plötzlich explodierte diese Blase und das uns bekannte und von uns sogenannte Universum war geboren. Raum, Zeit und Materie, alles begann mit diesem Urknall. In nur einem Bruchteil einer Sekunde hatte sich das Universum von noch nicht mal der Größe eines einzelnen Atoms zu einem Raum ausgedehnt, der größer war als unsere Milchstraße. Und es wuchs in einem unglaublichen Tempo weiter. Noch heute dehnt sich das Universum aus und wächst. Wie ich schon gesagt habe, alles ist immer in Bewegung und möchte sich entwickeln. Wie du. Mit der Ausdehnung und der Abkühlung des Universums verwandelte sich die Energie in Teilchen von Materie und Antimaterie. Und in diesem jungen Universum, das ja gerade mal eine Sekunde alt war, bildeten sich stabilere Teilchen, die wir Protonen und Neutronen nennen. Dann wurde es noch kälter, unter eine Milliarde Grad und endlich konnten Atomkerne Elektronen einfangen und dadurch Atome bilden. Das Universum füllte sich mit Wasserstoff und Heliumgaswolken. Die kann man sogar heute noch sehen und in ihrer Schönheit bestaunen. Jedenfalls, bis hierhin waren schon 300.000 Jahre vergangen. Ganz schön lange und trotzdem ein Wimpernschlag, wenn man so alt ist wie unser Universum. Und aus diesen atemberaubend schönen Urgaswolken bildeten sich die ersten Sterne, in denen die leichten Elemente Wasserstoff und Helium nach und nach zu schweren Elementen bis zu Eisen fusionierten. Atomkerne schwerer als Eisen entstanden dann in den letzten Entwicklungsstadium massenreicher Sterne und in gewaltigen Sternenexplosionen, den Supernovae. Die chemischen Elemente, aus denen alle Sterne und Planeten, alle Organismen und auch wir Menschen bestehen, wurden so erzeugt. Der berühmte Satz, wir sind aus Sternenstaub gemacht, ist also nicht metaphorisch, sondern im tatsächlichen, im würdlichen Sinn zu verstehen. Jedes Atom, schwerer als Beryllium, in unserem Körper oder wo auch immer in diesem Universum, verdankt seine Existenz den Sternen und alles, was heute existiert, also du und ich und Werner Saalfeld aus Sturm der Liebe und alle seine unehelichen Kinder, jedes Sandkorn, wir alle waren also einmal in diesem Stecknadelkopf sehr nah beieinander. Und noch völlig ahnungslos, dass wir uns heute in dieser Folge, so viele Milliarden Jahre später, an unseren Anfang erinnern würden. Genau genommen bist du also nicht nur du. Und du verfügst nicht nur über deine eigenen, in diesem Leben gemachten Erfahrungen. Ganz genau genommen trägst du alle Reisen, jeden Wandel, jede Neuschöpfung in dir, die die Atome, aus denen deine Zellen bestehen, aus denen du bestehst, im Laufe der letzten 14 Milliarden Jahre gemacht haben. 14 Milliarden Jahre voller Erfahrungen und Veränderung, geboren aus einer einzigen Explosion und dem daraus entstandenen völligen Chaos, leben in dir. Hashtag Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Was für ein Weg. Was für eine Arbeit bis hierhin. Dafür schlägst du dich ja schon mal ganz gut. Oder nicht? Also wo war ich? Genau. All das Potenzial, was in deinen Atomen steckt, steckt in dir. Du bestehst förmlich aus all ihrem Potenzial und ihren Erfahrungen. Ich habe mich oft aus beruflichen Gründen, später aber auch auf meinen Reisen mit der Frage nach dem Sinn des Werdens, Seins, Vergehens in dieser Welt beschäftigt. Ich habe mich mega gern mit Gelehrten der großen Religionen ausgetauscht und noch öfter habe ich mit gläubigen und atheistischen Menschen aus aller Welt bis tief in die Nacht hinein diskutiert. Ist es nicht erstaunlich, wie viele Atheisten es heute gibt, die darauf angesprochen vorgeben, eigentlich nichts zu glauben, letztendlich aber nachdenklich den Finger an die Unterlippe legen und zu bedenken geben, dass es sie dennoch verblüfft, wie alles in der Natur so von selber funktioniert, wie alles irgendwie super komplexe Kreisläufe macht, die wir trotz modernster Wissenschaft nicht nachbauen können. Von dem, was ich erlebt habe, enden diese Grübeleien meistens in der Schlussfolgerung, in der sich Nichtgläubige und Gläubige treffen. Dass es zumindest etwas wie eine Idee oder ein Konzept geben muss. Eine Art Bauplan oder Programmierung, damit der Laden läuft. Von selbst. Nun gut, ich möchte dich an dieser Stelle nicht mit der Suche nach dem Schöpfer langweilen. Die Idee von der großen Idee, die den ganzen Laden hier zusammenhält, der Eindruck, dass es wahrscheinlich schon so eine Art Bauplan gibt, nachdem sich alles irgendwie richtet, solle uns für heute reichen. Die Frage dieser Podcast-Folge lautet ja eher, was du für den Sinn deines Daseins, für die Orientierung darin, für ein geborgeneres Lebensgefühl, daraus mitnehmen kannst. Hier also, wie versprochen, meine fünf Gedankenanker, die du für dich aus der Idee, die hinter allem steht, mitnehmen kannst, wenn du das Gefühl hast, so richtig lost zu sein. Erstens. Das Universum, in dem du lebst, funktioniert wahrscheinlich wie ein großer Körper. Und so kannst du dir das vorstellen. Weiß die kleine Zehe an deinem rechten Fuß eigentlich, dass sie deine Zehe ist? Hast du ihr gesagt, dass es ihre Aufgabe ist, dir Gleichgewicht und einen stabilen, aufrechten Gang zu ermöglichen? Kennt sie dein Herz, was sie durchblutet? Weiß sie, dass es weiter oben auch noch zwei Hände mit Fingern und sogar ein paar Augen gibt, die sie ansehen können? Oder wie sieht es mit den Zellen deines Körpers aus, im Magen, in den Haarwurzeln? Kennen die sich? Und sagst du denen, was sie machen sollen? Jeder noch so kleine Teil von dir hat seine Bestimmung, seine Aufgabe. Und scheinbar kennt er sie, ohne sie gesagt zu bekommen, ohne überhaupt zu wissen, dass sein Tun etwas ganz Wichtiges zum Erhalt des großen Ganzen, also dir, beiträgt. Vermenschlicht würden wir das vielleicht als das Gefühl, das Richtige zu tun bezeichnen. Oder vielleicht haben sie sowas wie einen Instinkt oder Intuition. Das trifft auch auf deine vielen Milliarden so weit gereisten Atome zu, die hier gerade zusammengekommen sind, um deine Zellen, Haare, Zehen zu formen. Und das Sofa, auf dem du liegst und den Baum vor deinem Fenster. Alles folgt seinem Gefühl, seinem Instinkt, seiner Bestimmung. So wie du auch. Auch wenn wir es in diesem Leben ob seiner Größe nicht vollständig überschauen können. Alles hat seinen nützlichen Platz in diesem großen 14 Milliarden Jahre alten Ganzen. Die Idee oder der Bauplan steckt wohl in jedem von uns. 2. Das Universum will sich weiterentwickeln und selbst erfahren. Du bist seine kleine Zehe, eine seiner Zellen, wenn du so willst. Dir mag der Überblick fehlen. Aber das Universum begreift dich als Teil von sich und möchte deshalb, dass es dir gut geht, dass du alles finden kannst, was du brauchst, um dich optimal zu entwickeln. Denn je mehr du wächst, je besser es dir geht, umso mehr wächst und gedeiht es auch und kann sich selbst bewundern oder genießen durch dich zum Beispiel und deine Entwicklung, die du genießt und durch alle, die du inspirierst und alle, die du nicht kennst und die dir trotzdem täglich begegnen. Also alles, was du brauchst, um dich optimal zu entwickeln. Schlaf, wenn du müde bist. Iss, wenn du hungrig bist. Und streiche deine Seele, solange du das brauchst. Was sind 10, 20, 30 Minuten oder ein paar Tage in seiner Zeitrechnung. Selbst ein paar Wochen aus Zeit machen den Braten bei über 14 Milliarden Jahren nicht mehr fett. Glaub mir. Und dieses Universum scheint das zu wollen, dass du dich näherst und deine Energie entfaltest, um sie beisteuern zu können. Da wären wir dann auch wieder beim Wachsen und sich entwickeln. Das tut diese Schöpfung übrigens die ganze Zeit schon nach dem Try-and-Error-Prinzip, würde ich sagen. es ist ja auch kein Hellseher. Im Großen muss das Universum wohl das Gleiche tun, wie du im Kleinen. Dinge probieren, die cool sein könnten und gucken, was passiert. Zack, hier bisschen Helium, da bisschen Wasserstoff. Und wenn das Ergebnis funktioniert, nice. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Erfahrung mitnehmen, zurück auf Anfang, neuer Versuch. Try-and-Error eben. Ganz wichtig, ausruhen nicht vergessen. 3. Deine Intuition und deine Bedürfnisse sind die Connection zum Bauplan, der großen Idee, dem großen Ganzen. Alles, was dir dieses eine tiefe Gefühl des wirklich Zufriedenseins verschafft, ist auch das, was das Universum will, dass du es tust, damit du deinen Teil zur Entwicklung des großen Ganzen beitragen kannst. Ja, also da wäre zunächst erstmal alles, was dafür sorgt, dass du überhaupt am Leben bleibst und dass du aus altem Material wieder was Neues, Spannendes und Schönes erschaffst. Denn nur so kann die Schöpfung auch durch dich weiter wachsen und sich erfahren und spielen und Spaß haben und sich entwickeln. Die lebenserhaltenden Sachen sind ganz klar einprogrammiert. Warst du schon mal richtig durstig und hast dann was zu trinken gefunden? Oder hast du schon mal was gebastelt, ausprobiert, gelernt, gemacht, was du unbedingt basteln, lernen, ausprobieren machen musstest? Und wie hat sich das alles angefühlt? Dein Bauchgefühl, deine Intuition und vor allem das Gefühl, wahrhaftig, zufrieden und erfüllt zu sein, täuschen dich nie. Ja, wie gesagt, bei den lebenserhaltenden Sachen wie Atmen, Essen, Schlafen und so weiter ist das bisschen einfacher. Da ist das Gefühl so gut und erlösend, dass wir das immer wieder machen wollen. Und für alles andere gilt, try an error. Viertens. Du triffst immer dich selbst. Du bist ganz, 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 ganz genau genommen, das Universum und bewegst dich die ganze Zeit in dir selbst, da die Atome oder Teilchen seit Jahrmilliarden ja nur recycelt werden. Denk nochmal an den Vergleich mit deiner kleinen Zehe, die ja gar nicht weiß, dass an dem Fuß noch ein ganzer Körper, eine ganze Person dranhängt. Oh, und hast du dir schon mal so richtig fies die kleine Zehe an der Türschwelle eingehauen? Oder hast du vielleicht schon mal eine richtig wohltuende Fußmassage bekommen? Schmerz oder Wohlgefühl sind nicht in der kleinen Zehe geblieben, nicht wahr? Sie ziehen oder schießen förmlich durch deinen ganzen Körper und erregen deine Aufmerksamkeit. Das Universum lebt und fühlt sich wahrscheinlich dadurch, dass du fühlst und lebendig bist. Und das bedeutet auch, dass du also nichts in der Welt da draußen, die dich umgibt, finden kannst, was du nicht auch in dir selber wiederfinden wirst. Du musst keine Angst haben vor Schönheit und Liebe, aber auch nicht vor Wut, alltäglichen Kämpfen oder dem Wunsch, über sich selbst hinauszuwachsen. Du kannst das händeln. Fünftens Die Schöpfung, in der wir leben, ist eigentlich sehr nah an dem, wie wir uns die vollkommene Mutter vorstellen würden. Sie kann Kummer haben. Ihre Liebe zu dem, was sie zur Welt gebracht hat, ist jedoch end- und bedingungslos. Und genau aus diesem Grund, zumindest aus unserer beschränkten Sicht, der der kleinen Zehe, die höchstens den Fuß überschauen kann, an dem sie sitzt, nicht immer fair. Nichts steht so sehr für tausend neue Chancen, wie wahrhaftige mütterliche Liebe. Selbst für diejenigen, denen wir keine einzige Chance mehr einräumen würden. Eine gütige Mutter ist nicht immer fair, denn sie sieht immer das Potenzial ihrer Schöpfung, wenn du so willst. Und das ist auch wichtig, denn es stärkt den Mut und das Selbstvertrauen ihres Kindes, vermittelt ihm das Vertrauen in sich selbst, sich immer wieder aufzurappeln, weiterzugehen, es von vorne zu probieren und nicht aufzugeben, da es darauf vertrauen kann, dass es etwas Gutes zustande bringen wird. Schließlich vertraut seine Mutter ihm ja auch. Und die muss es wissen, immerhin ist es aus ihr ja entstanden. Das Universum, dessen Teil du bist, aus dem du kommst und in das du irgendwann zurückgehen und zu etwas Neuem recycelt werden wirst, liebt dich wie eine Mutter. Egal was du tust, es wird dich niemals rausschmeißen oder den Kontakt zu dir abbrechen. Es versteht jeden deiner Fehler, denn ganz, ganz am allergenausten genommen macht es sie ja selber. Und es verzeiht dir jeden einzelnen davon. Sie lösen sich nicht von selbst und sie werden auch nicht einfach verschwinden. Aber alle Ängste und Sorgen werden ein bisschen kleiner, wenn du auf das große Ganze und diese lange Reise von Milliarden von Jahren zurückblickst. Wir sind weit gekommen und bisher scheint es ja im Großen und Ganzen ganz gut gelaufen zu sein für uns Menschen. Alles hat seinen Ursprung im Chaos. In jedem Aufbrechen und Chaos wiederholt sich ein kleines bisschen Urknall, gefolgt von Neusortierung und Weiterentwicklung. Was auch immer es ist, was dir Sorgen macht, was auch immer du glaubst, nicht bewältigen zu können, Es kann nicht schlimmer, größer, chaotischer, unbezwingbarer sein als das, was am Anfang aller Dinge stand. Die Erinnerung daran, dass du nicht verloren sein kannst, da du für immer Teil von allem bist. Die Erinnerung daran, dass es etwas gibt, was sich interessiert für das, was du tust, egal wie langweilig und unbedeutend andere das finden mögen. Und was immer möchte, dass du lebst, dass es dir gut geht, was dich niemals verlässt, selbst nach dem Tod nicht. Diese Erinnerung und Sicherheit ist so fundamental wichtig, um dem Gefühl der Leere des insbodenlose Fallens zu entgehen. Hauptsache, du weißt, nichts von dem, was du durchmachst, ist sinnlos. Ich bin der Wischmopp für die Tränen und der alte Hund, der für dich beißt und bellt. Wo deine Füße stehen, ist der Mittelpunkt der Welt. Das war ein Zitat von Element of Crime und gleich folgt noch eins im Mantra der Woche. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann und größer noch, was man nicht begreift. Du bist nicht lost. Du entstammst dem Urknall, dem größten Chaos der Geschichte, mein Herz. Egal was ist, es geht immer weiter. Seit 14 Milliarden Jahren schon. Und du kannst das händeln. Was ich heute mit dir geteilt habe, ist der Gedanke, der mich durch mein ganzes Leben trägt. Mein tiefstes Innerstes, mein Herz sprechen in keiner einzigen Folge so laut und so straight wie in dieser. Ich möchte, dass sie geteilt wird. Das ist mein allergrößter Wunsch. Und zwar mit so vielen Menschen, wie das nur irgendwie möglich ist. Bitte teile sie jetzt per WhatsApp, Facebook, Twitter und so weiter mit allen, die atmen und sich hier wiederfinden sollen. Und hier die Geschichte vom Anfang, heute ausnahmsweise am Ende. Es war einmal ein kleines Mädchen, deren Vater und Mutter gestorben waren. Die Eltern hatten ihr nichts hinterlassen und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, um darin zu wohnen und kein Bettchen, um darin zu schlafen. Irgendwann hatte es gar nichts mehr, außer den Kleidern auf dem Leib und ein Stück Brot in der Hand, welches ihm ein gutes Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Ungewisse. Da begegnete ihm ein armer, alter Mann. Der sprach. Ach bitte, ich bin so hungrig. Gib mir etwas zu essen. Da reichte es ihm das ganze Stück Brot und sagte. Gott segne es dir. Und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach. Es friert mich so an meinem Kopf. Bitte schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da nahm es sein Mützchen ab und gab es ihm. Und als es noch ein Stück gegangen war, kam wieder ein Kind, das hatte kein Leibchen an und vor. Da gab es ihm seins. Und noch ein Stück weiter. Da bat eines um sein Röcklein. Und das gab es auch noch hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um sein Hemdchen. Das fromme Mädchen dachte, die Nacht ist dunkel, da sieht mich niemand. Du kannst wohl auch dein Hemd weggeben. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, harte, blinkende Taler. Und auch wenn es sein Hemdchen weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war von aller feinsten Linnen. Da sammelte es die Taler hinein und war reich für seinen Lebtag. Das war das Märchen vom Sterntaler. Bis übernächste Woche. Teilen nicht vergessen. Deine Susi Deine Susi Deine Susi